Die Spannungen zwischen den beiden Koreas sind zurückgekehrt und kulminierten in Warnschüssen der südkoreanischen Armee, nachdem einige nordkoreanische Soldaten die Grenze überschritten hatten, wie der Generalstab in Seoul bestätigte. Nach den Schüssen zogen sich die Soldaten aus dem isolierten kommunistischen Norden offenbar wieder zurück. Die Soldaten Pyongyangs überquerten die militärische Demarkationslinie, die durch die entmilitarisierte Zone verläuft, am Donnerstag, so die Berichte. Dies ist der dritte Vorfall dieser Art in diesem Monat. Südkorea war auch am Dienstag gezwungen, Warnschüsse abzugeben, nachdem Dutzende nordkoreanische Soldaten erneut die Grenze überschritten hatten. Der jüngste Vorfall ereignete sich nur wenige Tage, nachdem der russische Präsident Wladimir Putin Pyongyang zum ersten Mal seit 24 Jahren besucht hatte. Zusammen mit dem nordkoreanischen Führer Kim Jong-un verpflichteten sich die beiden Länder, einander im Falle eines Angriffs zu unterstützen. Genau in diesem Moment der verschärften Spannungen gab der Kreml-Chef eine Warnung an Seoul heraus. Südkorea würde einen großen Fehler machen, wenn es die Ukraine im Krieg gegen Russland bewaffnen würde. Moskau werde Entscheidungen treffen, die sehr unangenehm für die derzeitige südkoreanische Führung sein könnten. Seine Kommentare kamen, nachdem Seoul erklärte, dass es eine solche Möglichkeit in Erwägung ziehe, als Reaktion auf das neue Abkommen, das Russland mit Nordkorea abgeschlossen hat. Die beiden Koreas sind seit dem Koreakrieg, der 1953 endete, geteilt. Sie haben keinen Friedensvertrag unterzeichnet und befinden sich daher technisch gesehen seitdem im Kriegszustand.